Was machen wir denn da so? Das wird eine Überraschung. Wie lange geht denn das? So lange, wie du es brauchst. Und wann sehe ich die ersten Ergebnisse? Das kommt auf deine Geduld und deinen Mut an. Okay, dann muss es aber einen genauen Plan geben. Es muss gar nichts. Aber das haben wir schon immer so gemacht. Stimmt, genau deshalb ändern wir jetzt was. Aber da weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ja, weil du dich auch nicht vorbereiten brauchst. Als ob man sich auf alles im Leben vorbereiten könnte. Was sagt dir denn deine Intuition? Intui was? Okay, ohne Intuition musst du natürlich mehr kontrollieren. Aber es kann sehr angenehm und entlastend sein, die Kontrolle mal abzugeben. Kommst du also? Warte mal, Ordnung muss sein. Erzähl mir mal die Struktur für den Abend. Ach, es wird eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Abschluss geben und Impulse für deinen Alltag. Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte den Inhalt des Abends. Oh, der Inhalt. Weißt du, ich habe manchmal Probleme mit dem Anstrich und der Fassade. Aber Inhalt habe ich immer. Da kannst du ganz sicher sein. Nun sag mir doch einfach mal deinen Plan. Mein Plan lautet Überraschung. Die weckt Kreativität und Lebendigkeit. Hast du Lust auf den bunten Konfetti-Regen des Lebens? Und wenn da was schief geht? Schief ist schön. Und Fehler sind auch nur bunte Kleckse auf der Leinwand des Lebens. Darf ich dich also überraschen?